Hey, der Hannes von Werdemusiker hier. Schön, dass du in diesem Video hier dabei bist. Ich möchte dir eine Frage stellen. Und zwar fehlt dir manchmal auch der Antrieb zum Üben? Ich denke, das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Aber ich möchte in diesem Video dich jetzt bitten, dir fünf Minuten Zeit zu nehmen und mit deiner Gitarre einfach loszulegen. Es ist ganz egal, was du machst. Mach einfach. Setz dich jetzt hin, drück auf Pause in diesem Video und leg sofort los. Schnapp dir die Gitarre sofort. Und dann schreibst du mir in die Kommentare, was du danach für ein Gefühl hast, was das für ein Erlebnis war, wie es dir geht, was dir aufgefallen ist. Ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Ich freue mich auf deine Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ich freue mich, dich im nächsten Video.